Radio Essen, der Tag in fünf Minuten. Am 14. März mit Julian Schildheuer. Guten Abend, schön, dass ihr mit dabei seid. Am Wochenende hat es bei uns in Essen Großeinsätze von Polizei und Feuerwehr gegeben. Die Polizei war den kompletten Samstag im Einsatz und ist in sieben Städten im Ruhrgebiet gegen kriminelle Banden und Clans vorgegangen. Bei uns in Essen wurden drei Männer festgenommen, in Altenessen, Kray und Katernberg. Sie sollen zusammen mit weiteren Verdächtigen einen Notfallservice für Schlüsseldienst, Kammerjäger und Handwerksarbeiten gehabt und Wucherpreise genommen haben. Die Arbeiten wurden entweder gar nicht oder schlecht gemacht, dafür aber im Schnitt 1000 Euro kassiert. Bei den Durchsuchungen und Festnahmen wurden außerdem Blanko-Impf-Ausweise gefunden und beschlagnahmt. Im Rahmen des Einsatzes bei uns in Essen gab es später dann noch Durchsuchungen in Wettbüros, Werkstätten und Barbershops. Eine Werkstatt in Kray wurde wegen großer Sicherheitsmängel geschlossen, außerdem mehrere illegale Spielautomaten beschlagnahmt. Die Gesamtbilanz auch zu den anderen Städten lest ihr auf radioessen.de. In der Nacht zu Sonntag musste die Essener Feuerwehr dann zu einem Großeinsatz an die Hessler Straße nach Altenessen. Da brannte auf einem Schrottplatz ein sieben Meter hoher und 150 Quadratmeter großer Müllberg und drohte auf den gesamten Platz überzugreifen. Die Löscharbeiten dauerten sechs Stunden, die Feuerwehr löschte unter anderem von Leiterwagen aus, die sie auf Auf- und Abfahrten der A42 stellte. Bilder davon findet ihr auf radioessen.de. Zwischendurch galt auch immer wieder eine Warnung wegen des dichten Brandrauchs, das Landesumweltamt konnte aber später Entwarnung geben. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftungen, es war der dritte Großbrand bei uns in Essen in nur vier Wochen. Im Bürgeramt Borbeck gibt es jetzt eine zentrale Stelle für Geflüchtete aus der Ukraine. Sie können sich dort bei uns in Essen anmelden. Das ist zum Beispiel wichtig, um ein Konto eröffnen zu können. Außerdem bekommen die Ukraine-Flüchtlinge in dem Büro in Borbeck ihre Aufenthaltserlaubnis. Diese brauchen sie zum Beispiel, um hier einen Job anzunehmen. Ein Dolmetscher soll in Borbeck für eine gute Kommunikation sorgen. Bei der anderen Anlaufstelle im Sozialamt im Südostviertel bekommen die Menschen aus der Ukraine unter anderem Essensgutscheine, Prepaid-Karten fürs Handy und Hilfe bei der Suche nach einem Schlafplatz. Am Landgericht Essen ist heute der Prozess gegen eine 83-Jährige gestartet, die an einer Straßenbahnhaltestelle in Steele vor knapp zwei Jahren in mehrere Personen gefahren sein soll. Die Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen. Sie soll ein vor ihr haltendes Auto rechts überholt haben und mit 50 kmh teilweise über den Bürgersteig gefahren sein. Dann ist sie in die wartenden Personen gefahren. Ein Mann starb später an seinen schweren Verletzungen. Zwei Jugendliche mussten mit schweren Kopfverletzungen notoperiert werden. Jetzt steht die Frau unter anderem wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. Ein Urteil fällt aber wohl erst im Mai. Und auch ein anderer Gerichtsfall hat heute für Schlagzeilen gesorgt. Rot-Weiß-Essen legt gegen das Urteil nach dem Böllerwurf im Spitzenspiel gegen Münster Einspruch ein. Das hat der Westdeutsche Fußballverband auf Radio Essen-Nachfrage bestätigt. Die Berufung sei heute Morgen fristgerecht eingegangen. Vor gut zwei Wochen hatte das Sportgericht entschieden, dass Rot-Weiß-Essen das Spiel am grünen Tisch verliert und eine Strafe von 15.000 Euro zahlen muss. Vor dem Verbandsgericht des Westdeutschen Fußballverbandes will RWE jetzt aber eine Wiederholung des Spitzenspiels erreichen. Wann genau es eine Entscheidung gibt, ist noch unklar. Und das war überregional wichtig. Die aktuelle Gesprächsrunde zwischen Russland und der Ukraine ist heute unterbrochen worden. Die Vertreter beider Länder wollen morgen weiterreden. In den Arbeitsgruppen müssten noch offene Fragen geklärt werden. Gleichzeitig gehen die Angriffe in der Ukraine weiter. Mittlerweile sind nach UN-Angaben mehr als 630 Zivilisten beim Krieg in der Ukraine gestorben. Das sind die offiziell bestätigten Zahlen, sie könnten also noch deutlich höher liegen. Und zum Schluss der Blick aufs Wetter. In der Nacht sind kaum Wolken am Himmel, es bleibt trocken bei um die 4 Grad in Essen. Morgen dann erst ziemlich dicht bewölkt und immer wieder Regenschauer. Dazu bekommen wir höchstens 13 Grad. Alle Nachrichten aus Essen könnt ihr jederzeit nachlesen. Das geht auf radioessen.de Und ich bin Julian Schildheuer und sage jetzt einen schönen Abend. Das war der Tag in 5 Minuten. Diesen und alle weiteren Radio-Essen-Podcasts findet ihr auf radioessen.de Und überall da, wo es Podcasts gibt.